ein hallo leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video von mir lplukas124 heute wieder ein Raymond Raving Robles und es ist jetzt schon die sechste Folge glaube ich und ja wir haben jetzt schon fünf Klostomper dann in der Wand und ja die Toilette sieht immer noch komisch aus und ja dann lasst es mal Tag 6 beginnen unser Freund ist wieder da sie sind letzten Folgen waren wir jetzt auf diesem Pooltub und es sind ja richtig wenig wer ist er hat sein und das sind die motivierte Köln Köln das Haus in dem Jahr sind immer weniger gewohnt jetzt sehen wie kann aber lassen sie erst spielen also ich kommt jetzt wieder nach also nicht wieder mal nicht von einem Diener ja wenn es direkt in uns später kommt bewege dich mit dem Landschock weiche den vergrabenen Haar aus dem Maus wenn der Schwein ein Aufspiel erscheint ein Ausrufezeichen unter 25 Minuten sei wir schaffen ok, wieso steht der Pizzabokum? oder wie fang nicht hin? ok, kann ich jetzt auch ein Ausrufezeichen ok, oh, lol jetzt ist das Schwarz und Pünchen geworden ok, das spiel ist nicht logisch also, ähm, ok ja, jedenfalls schauen wir da, verkackt ok, ähm, das muss ja schweigen, sieht auch irgendwie komisch aus das steht da hinten Pizzabokum, keinen Fall aber, ähm, ja, jedenfalls, ähm, ja, wollte ich auch, ähm, Deutschweit mal über, ähm, also, ähm, ja, wieder verkackt, ja, äh, inwiefern sollte ich heute darüber reden, also, wann Minecraft Royale Folge 11 kommt also, ich habe sie schon aufgenommen das ist auch alles schon fertiggeschnitten geschnitten und was es kämpft vor gesagt haben ja auch und ja also mein kopf royal folge 11 wird vielleicht in höchstens zwei wochen müsste eigentlich auf dem kanal sondern alles gut läuft und da bleibt vielleicht auch wird am selben tag entscheiden dieses video also ich habe ja ich bin dann es kommt wieder ich muss noch so eröffnet sich das ich auch auf ja okay hey ist neu starten wir schaffen das spiel ist nicht so einfach also ich verstehe es einfach nicht aber okay noch mal was liegt eigentlich alles rum im kühlschrank irgendwie im pizzerückwürftigen ja wir haben es okay wir haben es geschafft nice genau wir haben es geschafft und der tolle tanz kommt hier ja also erstes spiel nehmen wir und ich bin ja also mein kopf royal folge 11 kommt wenn ich auch schon um aber ich sagten für nichts zu wissen das sind die haas jetzt einigen ich schlafe in den jahren und zum nächsten spiel gehen und straßen sind die Person 7 erziehe 80 Punkte in dem du den Hasen mit dem Beulett sieh den Beulett den Kassen den Hasen zu schlafen diese müssten die Tiefen das ist ein schlugisches Lebensschlag 80 meter es ist nicht nur wer ist auf eigentlich auf die idee gekommen ist es ist ja ein schäfer jemals wird so durch die stadt gehen 128 m er ist schon recht groß die beute okay aber wir haben es das ist ein geschafft alles sind trotzdem noch gelangweilt und okay kann man auch in die mütter gehen aber weh da hin zu nehmen auch die globus-babys in Gefängnis sollte man das nicht okay können die nicht endlich da durchspringen ich weiß nicht was haben keine ahnung von an die sieben hundert punkte in dem die hausen richtig zusammensetzt du musst du dir gehen die hausen zu bewegen die du im händen 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 um die teile zu drücken drücken um sie in ihren platz zu weh da ist das nicht lustig die zucker und die inhalte zusammensetzen gibt aber auch mit ihnen und viele st unter Halloween Kalin ist richtig verdammt wir haben es nicht geschafft 520 Punkte haben wir und 7 okay okay ja es ist etwas schwer sich zu nerven es ist mega scheiße ja es ist nicht mehr so dass sie macht der kreis hätten sie als der sie doch richtig motiviert was ist hier los okay wartet mal irgendwie das video ist irgendwie gestoppt okay ich weiß nicht was da los war nächstes video jetzt irgendwie stehen blieben aber wir haben es wieder nicht geschafft hey pc hat auch etwas probleme an der stelle erinnere ich mich noch ok ok wieder nicht geschafft nice okay die Musik wird langsam nervig das endet nicht gut Okay, dann tun wir mal der on. Okay, das ändert nicht gut. Nein. Okay. Okay. Ich bin nicht gerade der Beste in diesem Spiel, aber... Okay. Und komm gleich hin. Wir haben schon ab und da. Und... Es sieht ein bisschen besser aus, aber auch nicht so. Ah, 12 Minuten ist noch gespielt, okay. Okay. Ich glaube, dass das Maximum ist, wenn wir es sehen. Das, was wir passieren, wenn wir es ganz kurz ist. Okay, so. So. Okay, das ist... 623 Punkte, immer noch nicht geschafft. Ähm... Okay, das ist nicht so einfach, das... Also... Ja, wenn man sich merken kann, dann schon, aber... Und wie war das hier? Irgendwie war das hier? Ja, und da... Und da haben wir... Hier... Okay... Äh... Okay... Okay... 519 Punkte, ich glaube, das war ein bisschen so das Schlechteste. Ich erinnere mich noch, wo ich das alles richtig durcheinander hatte. Also... Wo ich das nämlich jetzt Play-In habe. Aber... Das sah noch... Noch schlimmer aus. Aber... Okay... Aber ich glaube, das habe ich auch mal gesagt, aber... Okay... Äh... Das ist jetzt irgendwie von selber gegangen. Weil die Zeitung wurde... Okay... Okay... Okay, um APs runter geht das hier am Schlechtesten. Okay... Werden wir es jetzt schaffen... Okay, hier jetzt eine Stehung mit dem... Da, wo, wo... Und komm mal da... Ja... Und da... Das kommt hier hin... Und dann... Okay... Irgendwie habe ich hier auch noch mal ganz nach oben. Oh... 707 Punkte, du machst das? Okay... Nice... Oh, wenn es immer noch verstörende aussieht... Ähm... Ja... Oder wenn ich hier manchmal rausgehe... Ähm... Aus dem normalen Bild... Das ist... Ähm... Weil... Ähm... Ich gucke, ob ich... Auch auf... Also... Schlafen halt wirklich schon wieder an. Okay, aber drittes Spiel hätten wir schon wieder an. Die Spirte wird sehr wahrscheinlich wieder an intern spielen. Also... Die ist eigentlich alles nur beherrenreich. So schlimm ist das Let's Play wieder auch... Ne, auch wieder nicht haben. Okay... Ähm... Okay... Ja... Ja, sowas ziemlich ist... Wo... Okay... Okay... Der Dreck schlägt... Okay... Okay... Ich kann das nicht nehmen. Ich weiß nicht, was ihr meint, aber ich kann das nicht nehmen. Okay. Okay. Nur noch vier Punkte. Nice. Drei Hasen-Hallogen, die irgendwie komisch mithalten. Okay. Okay, die... Die Gesichter sind auch nicht. Also nicht diese hier, aber... Die Hasen-Webis-Sunders. Hintergrund. Musikmal schon. Ich glaub, sie wird auch später als Hintergrund. Aber bei irgendwas, also... Hier haben wir was begonnen. Okay. Hm. Wir haben schon... Ja. 700 Punkte haben wir schon mal. Nice. Wir brauchen noch zwei Hasen-Hallogen. Okay. Da steht das ja auch wahrscheinlich wieder richtig unten. Wie schon gesagt, das Spiel ist... schon zwölf Jahre alt wird. Also... Es gibt auch... Wabbin Rabbin 2 gibt's auch. Und es war in Wabbin's 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 Wabbin. Aber... Wabbin' Wabbin... Wabbin's 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 Wabbin' Wabbin's 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 Wabbin... in die kurze also diese bestätigte aber auch wenn es für das Spiel hätten wir müssen ist einiges einstecken immer wenn man nach unten vier spieler schafft entweder ein Kostüm oder sind immer noch gelangweilt ich muss eigentlich gleich was kommen ja das ist das ist ja aus der elbise im elbiskostüm freigeschaltet wenn ich so hin kann ok dann lass mal da ins finale gehen tschüss ok dann ab ins finale der runde das könnte sich hier auch entweder ok lernkippe an kurz und kommend weniger als 1 minuten 40 sekunden an steuere denn was also das ist da so ein wachstenschein ok das finale der runde mal sehen ob wir das schaffen ok ok nicht so friedlich aber also das ist ein wachstenschein heute das hier schon mal die vorbereitung auf marke ok also ich weiß noch nicht oder das laufen das ist überhaupt da kann ich noch nicht alles sagen aber die ersten wir sind der erste wir sind ja auch die sind auch ebenso komische beide oder so was ist das da für ne musik ok die kommt immer bei diesem komischen arzen auch den äh gelb quasi schon glaub ich also ich sag mir müssen mindestens immer den tritzen ja oder einfach unter 9045 da sein ne das ist der das ist der das ist der andere bei dem kommt ja mal den nein der kone ist auch da aus dahin so der hinter uns bei dem kommt dann noch so eine komische Musik ich weiß gar nicht ah der ja der 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 oder so ok das ist schon irgendwie brutal klar dass wir die schlagen müssen wir schaffen das ganz knapp unser ok wenn wir zwei sekunden länger alt gewesen hätten wir verkackt aber wir haben es geschafft nice ok dann bekommen wir jetzt müssten wir jetzt einen sechsten Klostampfer bekommen ok ok wird die jetzt motiviert nein ok ich bin aber noch komplett demotiviert irgendwie da ist ein Klostampfer und verwende ihn jetzt bedacht ja ok jetzt werden wir wahrscheinlich wieder reingeworfen nice äh nein bestes geschauspiel fand ja ähm der lässt uns jetzt hier rein ich wusste das ist ok der wirft uns jetzt nicht mal rein das ist etwas netter zu uns geworden weil wir keine ahnung wenn er jetzt auf einmal nett ist aber ist ja gar nicht so schlecht oh ähm ja ich sitze jetzt alles anders aus ähm die jukebox also die möbel wurden jetzt etwas verändert das sieht jetzt schon besser aus eigentlich ok ähm lass mal nachgucken hier bei auch viel schon raus können aber wahrscheinlich nicht ne und so lass mal nachgucken nein noch lange nicht ach doch schon wir haben schon die helfe oh der vogel oh bitte wieder von scheißen äh ja alter ich hab zu diesem vogel müssen wir umbringen ok ähm die jukebox sieht jetzt besser aus hier davor war das komische teil aber wir haben immer noch dasselbe musik drauf ok wir müssen mal mehrere lieder freischalten ok wiederholungsmodus wenn wir ok noch richtig tag 6 ist das ok ok da haben wir auch alle schütteln wir auch hier nicht hier schon hier nicht ok 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 lass mal ähm ich mach das mal auch heraus wie man für diese musik hören zum tausendsten machen ok ok komischer remix von der musik ok lass mal ähm wieder das kostüm nehmen können wir mal diese elvis haare daraus proben ok gottik werde ich jetzt nicht anziehen lassen ok dann nehmen wir irgendwie diese brille ja dann nehmen wir ja das hier und die ähm und hier sind auch diese die schütteln nehmen einfach mal die normalen raven schulden ok leute ähm ich glaub das war's auch in der folge hm ich hoffe es hat euch gefallen dann würde ich sagen ciao leute laura 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 laura